guten tag zusammen wir sind auf flexibar 19 ich habe hier die zweite switch auf diesem kanal die ist jetzt hier am boxing switch reloaded kann man so sagen schauen wir mal das gute ding an die ist in blau so wie die alten alkoholiker hier auch blau türkis hier auch blau blau eben blau genau packen wir in boxing wieder mal dieses gute stück soll ich slow motion machen da sind sehr kleine sehr wenig hat das drin hier ist sie wow die gelbe sieht gleich klein aus mit der box schon seht ihr hier ist die neue switch schön gewohnt wie nintendo das halt verpackt genau so wie nintendo das verpackt edel und sehr professionell sehr gut Oh Gott, wieso geht das? Also, das ist der Stromkabel, oder? Ja. Das Tier ist so spektakulär. Schau ich mal dieses schöne Stück an. Jetzt wird sie entweit. Jetzt wird sie entweit und jetzt hier die Folie. Ist doch keine dran? Nicht? Nein. Dann vergessen wir diese Folie. Sieht doch gut aus, diese Switch. Kann man noch... Nein, da kann man nicht. Das stand bei, hier kann man... Und das findest du schöner? Die gelbe oder die türkise? Die türkise finde ich schöner. Findest du schöner? Ja, also... Das hier ist die gelbe, liebe Leute. Ich habe immer Angst, dass die gelbe Stromschläge mir verpasst. Da mich das an Pikachu erinnert. Also, das ist die Switch. Blau, ne? Jetzt gibt es dann noch die schwarze, oder? Ja, die kommt noch. Die kommt noch, ne? Ja, wie findet ihr die Switch? Findet ihr die Switch Lite besser? Findet ihr die normale Switch? Findet ihr die gelbe schöner, die blaue? Schreibt in die Kommentare. Schreibt es unten hier. Hier unten da in die Kommentare. Und hier ein Abo hinterlassen. Und da ein Like. Nein, nein, da ist ja das Dislike. Hier das Like, ne? Ja, genau. Okay. Also, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.